TTIP Aktionstag in der Fußgängerzone Hagen zu dem umstrittenen Freihandelsabkommen. Warum stehen wir heute hier? Warum stehen wir heute hier? Heute ist Opt-out-Day. Oh, auch. Es ist internationaler Anti-Fracking-Tag. Stimmt, der ist auch. Da sind doch schon die Grünen. Genau, die Grünen sind auch schon da. Und der BUND. Wir stehen hier in Hagen in der Fußgängerzone für den Aktionstag gegen TTIP. Sogar die SPD hier in Hagen ist erstaunlicherweise vertreten. Ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht doch noch ein paar Gründe, gute Gründe gefunden haben, gegen TTIP zu sein. Vom Reißbrett. Wir haben dieses internationale Handelsabkommen. Wahrscheinlich basierend auf vielen anderen, wie CETA, dem kanadischen Handelsabkommen. Und wir können davon ausgehen, dass da Sachen drin sind, die wir als Piraten-Affin nicht vertreten können und nicht haben wollen. Von daher stehen wir hier auf der Straße. Ich bin Kerstin Sack von ATAK-Hagen und auch im Bundeswartenkoordinierungskreis von ATAK. Und wir sind hier, weil wir gegen das TTIP, CETA und alle Freihandelssachen sind, die den Menschen schaden und den Konzernen nutzen. Und vor allem sind wir ein großes Problem mit der Demokratie, weil es ist ja unglaublich, dass nicht mal die Abgeordneten sich informieren können, geschweige denn wir Bürger. Und wir fordern, dass das alles offengelegt wird. Und einer der Hauptkritik von uns ist auch der Investitionsschutz für Konzerne, weil es ist ja schon seltsam, dass es ein Gericht über andere Gerichte geben soll und nur die Konzerne klagen können und nicht die Staaten. Okay, danke schön. Grüne, SPD, Linke, MLPD und Piraten waren am Start. Ja, TTIP ist ein schon ziemlich langes Piratenthema. Wir finden das auch ziemlich wichtig und hoffen, dass wir jetzt hier mit der gebündelten Aktion verschiedener Parteien und Bewegungen wie ATAK und DGB hier auch vor Ort direkt Leute mobilisieren können, dass sie Informationen kriegen, was TTIP überhaupt ist, weil da ist ja auch noch sehr viel Informationsbedarf bei der Bevölkerung. Denn ja, gerade für Kommunen ist es ziemlich wichtig, was kaum jemand weiß, da TTIP unter Umständen ja auch stark in die Eigenverwaltung der Kommunen eingreift. Und deswegen finden wir als Piratenhagen auch wichtig, dass das gestoppt wird. Danke. Denn wir wollen nicht, dass soziale, ökologische Standards und Arbeitnehmerrechte ausgehebelt werden über dieses Abkommen, all das, was man sich hier national erkämpft hat, aus gutem Grund auch, würde dann zum Spielwahl im Zweifelsfall von Gerichten werden, denn vieles kann als Handelshemmnis ausgelegt werden. Und wenn man die Belange des Handels über die Belange der Menschen stellt, dann ist die Gesellschaft auf gar nichtem guten Weg. Okay, super. Danke dir. Hoffentlich haben sich heute viel mehr Menschen über TTIP informiert. Die Politik kann jetzt nicht mehr so einfach weitermachen wie bisher.